Frau Töpfer, ein Ergebnis, mit dem Sie sicherlich nicht zufrieden sein können. Die Grünen haben sich halbiert. Sie müssen noch ein bisschen zittern. Ob Sie im Landtag in Brandenburg weiter vertreten sind, woran liegt es? Wir sind erst mal froh, dass wir jetzt bei der ersten Prognose 5 Prozent erreicht haben. Ein großer Stein vom Herzen gefallen. Wir hatten einen sehr guten Wahlkampf gemacht, glaube ich. Aber wir hatten eben auch sehr großen Gegenwind durch die Bundesthemen oder durch die Bundesebene. Und der Wahlkampf wurde eben auch bestimmt durch Bundesthemen. Und da war es schwer, mit landespolitischen Themen durchzudringen. Das heißt, Sie haben versucht, landespolitische Themen zu machen. Die Bürger wollten über Bundesthemen reden. Und da stehen die Grünen so schlecht da, dass das nicht funktioniert hat? Im Gespräch mit den Bürgern haben wir eigentlich schon Landesthemen gesetzt und auch diskutiert. Und die Gespräche selber waren auch ganz gut. Nur, dass die gesellschaftliche Debatte, was dann eben auch dargestellt wird, die gehen schon in erster Linie über Asyl und Themen, die wir nicht in Brandenburg lösen können. Sie haben im Wahlkampf, in Ihrem Wahlprogramm viel gesprochen über Windkraft, Solar, schneller raus aus der Kohle. Und Sie haben es gerade gesagt, die Bürgerinnen und Bürger hier in Brandenburg. Denen ging es vor allem um Migration und Asyl. Denen geht es auch darum, dass es doch eher so ist, dass die Kohle noch gebraucht wird. Müssen Sie sich als Grüne da auch eingestehen, dass Sie an den Gefühlen der Bürgerinnen und Bürger vorbei dann ein Programm machen? Wir nehmen die Gefühle der Bürgerinnen schon ernst. Also auch das Bedürfnis nach Sicherheit, nach innerer Sicherheit. Aber wir haben auch eine ganz klare Haltung, was die Asylproblematik anbelangt. Und wir dürfen natürlich nicht illegale Migrationen zulassen. Das ist schon klar. Aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir vor allen Dingen Integrationsthemen nach vorne stellen. Und die Kommunen unterstützen Menschen, die ein Recht auf Asyl haben, tatsächlich dann auch zu integrieren. Möglichst schnell in Arbeit zu bringen und Sprachkurse anzubieten. Das ist unsere Haltung. Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht. Das ist wichtig und dazu stehen wir auch. Aber wir müssen eben die Kommunen unterstützen, diese Integrationsleistungen hinzubekommen. Sie waren jetzt zuletzt ja in der Kenia-Regierung mit drin. Stehen Sie grundsätzlich für eine neue Regierungsbeteiligung zur Verfügung? Ja, wir haben das im Wahlkampf auch schon so gesagt. Für uns ist es wichtig, eine stabile demokratische Regierung zu bilden. Und dafür stehen wir natürlich als Demokratinnen und Demokraten bereit. Und dazu stehen wir natürlich auch zur Verfügung. Letzte Frage, den Bund betreffend. Die Ampelregierung ist sehr unter Druck. Jetzt nach diesem Wahlergebnis wahrscheinlich noch mal mehr. Sind Sie der Meinung, dass die Grünen weitermachen sollten mit der Ampelregierung bis nächsten September? Ich denke schon, dass wir im Bund weiter regieren sollten, bis im September neu gewählt wird. Wir lassen es nicht. Wir lassen es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.